Wie ist die Rehabilitation von Menschen mit Demenz? Wie ist die Rehabilitationskräfte gefragt, wie die sich eigentlich zu diesem Thema positionieren? Also ist das sinnvoll, ist das vernünftig, Menschen mit Demenz zu rehabilitieren? Und in der Regel geht es immer darum, dass die Menschen in der eigenen Häuslichkeit verbleiben sollen, dass sie kognitiv und physisch mit Mobilität und anderen Dingen wieder klarkommen, dass sie sich besser an die Folgen der Krankheit anpassen können. Das sind so die üblichen Ziele. Allerdings ist das oft gar nicht so leicht. Also Menschen mit Demenz haben oft Mühe, an Reha-Programme zu kommen, im Unterschied zu Menschen, die in Apoble zu den Multiple Sklerose oder ähnliche Erkrankungen haben. Also gefragt wurden Geriater, Neurologen, Neuropsychologen, aber auch Pflegekräfte und Physio- und Ergotherapeuten. Die haben schon ein paar Sachen herausgefunden, die ganz spannend sind. Also einmal sagen die, ja, also Reha hat nur dann Sinn, wenn man ganz klare, erreichbare und quantifizierbare Ziele hat. Und das kann man natürlich bei jüngeren Patienten leichter erreichen, weil dort die Krankheitsbilder isolierter und leichter zu fassen sind. Und in der Demenz, überhaupt im Alter, hat man immer eine multichronische, multimorbide Gesamtsituation. Und ja, wo sich die Krankheiten gegenseitig beeinflussen, da ist es sehr viel schwieriger, so eine ganz klare Behandlungsstrategie zu entwickeln. Also im Grunde genommen denken die, ja, also Menschen mit Demenz, das gehört eher zur palliativen und nicht so sehr zum rehabilitativen Aufgabenkreis. Also wenn, dann sagen die, man hat klare physische Vorstellungen, also entweder die Person kann dann anschließend wieder gehen oder eine kognitive Vorstellung, sie kann dann wieder sprechen. Und wenn solche ganz klaren Zielvorstellungen nicht da sind, dann macht Reha keinen Sinn. Okay, in der zweiten Geschichte war nochmal, dass die dann bezweifeln, dass Menschen mit Demenz überhaupt an so einem Programm teilnehmen können. Also so eine Art kognitive Barriere, die Rehabilitationsmediziner und dementsprechende Berufe haben. Also die sagen, ja, wenn die keine Einsicht haben, dann nutzt das sowieso nichts. So, das ist ein sehr intensives und anstrengendes Programm. Und wenn man sich das nicht merken kann und wenn man nicht an die Erfolge des Vortages anknüpfen kann, was soll das Ganze? Ja, aber es gibt noch so ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel Verhalten, Körperpflege, Medikamenten, eine Arme, vielleicht gibt es da Schwierigkeiten, vielleicht ist das mit höherem Arbeitsaufwand verbunden und dazu fehlt uns die nötige Personalausstattung. Das waren so die Aussagen. Forschungen, die belegen, dass Menschen mit Demenz von Rehabilitationsprogrammen sehr profitieren, waren Angehörigen dieser Berufsgruppe überhaupt nicht bekannt. Also da gibt es ein eindeutiges Informationsdefizit. Die wissen das schlichtweg nicht. Also dass das funktioniert und dass es sinnvoll ist und dass man Menschen damit stabilisieren kann. Also zusammenfassend, Professionelle sehen eigentlich Menschen mit Demenz nicht zu ihrem Arbeitsbereich gehörig und geben dem eine relativ geringe Priorität. Man vermutet, dass Menschen, die in so einen Rehabilitationsbereich gehen, natürlich auch eine bestimmte Motivation haben. Also, dass sie hier messbare, schnelle Erfolge erzielen können. Und das ist ein Stück weit inkompatibel mit dem impliziten Berufsbild. Also Multichronizität und Multimorbidität und dann auch Demenz obendrauf. Das passt einfach nicht zu den verinnerlichten Vorstellungen, die Menschen in dem Bereich haben. Interessant ist noch eine weitere Studie, die ich in dem Zusammenhang Ihnen noch vorstellen möchte. Und zwar, das passt ganz gut dazu, Krankheiten sind quasi unterschiedlich attraktiv für Gesundheitsarbeiter. Sie haben also ein verschiedenes Prestige. Das höchste Prestige haben Erkrankungen, die potenziell tödlich sind und akut. Zweitens, die mit einem riskanten Einsatz von Hochtechnologie verbunden sind. Und drittens, die man bei vergleichsweise eher jüngeren Patienten anwendet. Also Leukämie, Hirntumoren, Herzinfarkt, die sind eher attraktiv. Und Dinge wie Angsterkrankungen, Depressionen oder Anorexia, letztlich eben auch Demenz, die sind eher unattraktiv. Man könnte also sagen, die Pflege und die Versorgung psychisch kranker alter Menschen ist für Ärzte, aber auch für Pflegende. Das ist das Spannende. Vergleichsweise mit niedrigem Prestige verbunden. Also wenn man will, mit einem Art Karriereknick oder mit einem Defizit in der Eigenkarriereentwicklung. Also wenn man was werden will, dann kümmert sich man nicht um alte, demente Menschen. Also alles, was mit Cure verbunden ist, objektiv, kritisch, behandelbar, das ist attraktiv. Was mit Pflege verbunden ist, wo ich also eher palliative Ziele habe, ist vergleichsweise eher unattraktiv. Und spannend ist hierbei, dass Pflegende dafür keine eigene Perspektive entwickelt haben. Also Pflegende hängen weitgehend am Urteil der Mediziner, die so denken und haben dort wohl, zumindest in dieser Studie, keine eigene Sichtweise auf dieses Feld entwickelt. Okay, ja, ich finde das ganz spannend, sich mal mit diesem Feld Demenz und Rehabilitation auseinanderzusetzen. Und zwar nicht so aus der Perspektive, ob das wirklich sinnvoll ist, sondern ob diejenigen, die in diesen Berufen tätig sind, dem eine sinnvolle Perspektive abgewinnen können. Und wenn die das nicht können, dann ist natürlich der Zugang für alte Menschen und Menschen mit Demenz extrem erschwert. Gut, danke für Ihr Zuhören, Euer Interesse. Schauen Sie mal auf unserem Blog, da gibt es immer mal wieder interessante Nachrichten, auch jetzt im Juli. Bis dahin, ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin, ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen eine gute Zeit.